Roadhouse ist ab sofort auf Amazon Prime zu sehen, das Remake des Kultklassikers von 1989 mit Patrick Swayze, das ich nicht gesehen habe. Das heißt, ich gehe mit relativ frischen Augen an dieses Remake mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle heran. Regie geführt hat Doug Liman, der hat neben Edge of Tomorrow auch Mr. und Mrs. Smith damals gemacht. Der hat aber auch sowas wie Chaos Walking mit Tom Holland gemacht, also seine Filmografie ist so ein bisschen up and down. Und Doug Liman hat sich im Vorfeld zum Release von diesem Roadhouse Remake total mit Amazon Prime Studios angelegt. Und zwar wurde sein Film jetzt kürzlich beim South by Southwest Festival gezeigt und sollte dann direkt halt auf Streaming kommen, was er jetzt auch ist. Und Doug Liman hat relativ deutlich gesagt, dass er der Vermutung unterlag, dass sein Film in die Kinos kommen soll. Dementsprechend haben sich Amazon und er in so einen kleinen Wettstreit irgendwie verstrickt. Doug Liman promotet Roadhouse nicht mehr. Das Ganze drum und dran ist ein einziges Chaos, wie ist denn der Film? Das Roadhouse Remake handelt von Dalton, gespielt von Jake Gyllenhaal, einem ehemaligen UFC-Kämpfer, also sowas wie MMA. Ich kenne da tatsächlich den Unterschied nicht so wirklich. Mit einer etwas düsteren Vergangenheit, der angeheuert wird, ein Roadhouse, also ein Restaurant bzw. eine Bar, an den Keys in Florida zu beschützen, denn das wird von einer düsteren Biker-Gang bedroht. Nach etwas Zögern übernimmt Dalton den Job und sieht sich von dort an konfrontiert mit einer Menge Gewalt, einer Menge Aggression und diversen politischen Intrigen. Wie gesagt, das 89er-Original kenne ich nicht, das heißt, ich habe jetzt hier keine unheimliche nostalgische Verbindung dazu und hatte irgendwie den Anspruch an diesen Film, dass er dem Original gerecht werden mag. Das heißt, ihr seht hier die Perspektive einer Person, die Roadhouse zwar grundsätzlich kennt mit Patrick Swayze, einfach wegen dem kulturellen Impact, den er hatte, aber nie wirklich gesehen hat. Soweit ich weiß, ist es schon ein ziemlicher macho-klischeehafter Film, so ein bisschen halt Action-Star-mäßig Patrick Swayze als Draufgänger, der aber gleichzeitig irgendwie noch Philosophie studiert. Also alles richtig schön aberwitzig, vielleicht muss ich mir den mal geben tatsächlich. Und dieser Roadhouse verändert tatsächlich einige Dinge im Vergleich zu dem Original. Da wäre zum einen dieser absurde Ton. Das gesamte Setup und die gesamte Story des Films, des Strong Silent Mannes, der super ripped ist und eigentlich sehr gutes Herz hat und freundlich, aber in sich eine wirklich düstere Vergangenheit mit sich trägt. Und wenn er bis zum Ende gepusht wird, auch jeden besiegen kann, das eignet sich sehr gut auch für B-Movies oder für ein bisschen Trash. Und tatsächlich ist es bei diesem Roadhouse so, dass wenn man Jake Gyllenhaals Figur mit Steven Seagal oder so austauschen würde, dann würde man einen relativ typischen Steven Seagal-Film, würde ich behaupten, bekommen. Allerdings mit einem etwas höheren Produktionswert und ein bisschen mehr Können dahinter. Dementsprechend hat dieser Roadhouse hier auch einen teilweise recht goofigen Ton. Der ist schon recht augenzwinkernd inszeniert hier und da. Der darf ab und zu ein bisschen humoristisch werden oder seine doch sehr, ich sag mal, klischeehafte Story ein bisschen aufs Korn nehmen hinterrücks. Das ist ganz schön. Wenn zum Beispiel Jack Gyllenhaals Dalton vor der Bar die böse Biker-Gang verprügelt, dann fährt er sie halt anschließend auch noch ins Krankenhaus, weil er ist halt einfach ein netter Kerl. Problematisch ist der Ton von Roadhouse aber dennoch hier und da, denn der Film committet nicht 100% zu dieser Goofiness. Ja, er könnte natürlich ein augenzwinkernder, leicht satirischer B-Movie-Action-Beitrag sein, der genau weiß, was er ist. Aber das ist nicht ganz der Fall. Der Film ist zwei Stunden lang und in diesen zwei Stunden springt er schon immer wieder zwischen dieser Goofiness, die mir grundsätzlich gut gefallen hat. Es gab ja einige Szenen, da musste ich wirklich ernsthaft lachen, nicht über den Film, sondern mit dem Film lachen. Aber es gibt auch andere Momente, die sind wirklich bier, bier ernst. Die sind dann wirklich sehr düster vorgetragen, da ist die ganze Bildsprache auf einmal ganz anders. Und ich hatte einfach das Gefühl, die Leute, vor allem Regisseur Doug Liman, wusste nicht so richtig, ob er was für einen Film er hier machen will. Oder hatte vielleicht ein bisschen zu Angst, dass der Film nicht ernst genug genommen wird. Und das tut dem Film mir nicht gut. Also gerade die ernsteren Sequenzen konnte ich nie persönlich super ernst nehmen. Einerseits, weil der Film sich eben selbst teilweise ein bisschen über diese gesamte Sache lustig macht. Und auf der anderen Seite, weil das meistens nicht ganz so gut gemacht ist, einfach von der Inszenierung und so weiter. Jetzt ist Roadhouse natürlich primär ein Actionfilm. Wie gesagt, Strong Silent Type, wo sich jeder Mann vom Fernseher reinprojizieren kann und sagen kann, no, it's literally me. Da sind natürlich die Action-Szenen mit eines der wichtigsten Sachen. Und bei einem Film über einen Rausschmeißer in der Bar wird natürlich viel miteinander geboxt. Gerade mit dem UFC-Hintergrund, den Jack Gyllenhaal, schwieriger Name, Figur hier hat. Und hier ist Roadhouse, würde ich behaupten, ambitioniert. Ähm, die Kämpfe sind im wahrsten Sinne des Wortes Hit und Miss. Dankeschön. Bedeutet, dass der Film nicht einfach draufhält in der totalen und langweilig die Kämpfe inszeniert, sondern dass er sich im Gegensatz sehr bemüht, die Kämpfe sehr dynamisch und frenetisch was zu inszenieren. Da schießt die Kamera mit hin und her. Es hat so ein bisschen was von Marvel-Filmen der letzten Zeit, wo wenn dann ein Kampf losgeht, die Kamera viel schwingt und hoch und runter geht und mit einer Faust sich mit bewegt, dann wird man in die Ego-Perspektive gewechselt und so weiter und so fort. Und da ist schon wirklich viel, ich würde sagen, Ambition dahinter, diese Action-Szenen richtig cool zu machen. Problem ist ein bisschen, ja, gerade zu Beginn sind diese Action-Szenen erstmal ein bisschen abwechslungsreicher und die Kämpfe damit ein bisschen interessanter. Sie sind auch durchaus brutal, da wird schon mal ins Gesicht geschlagen und das spürst du auch tatsächlich. Aber das nutzt sich leider im Laufe des Films ziemlich ab. Wie gesagt, zwei Stunden lang und die meiste Action besteht aus Faustkämpfen und irgendwann dachte ich mir so, ah ja, okay, jetzt kommt die nächste Faustkampf-Sequenz, jetzt wechselt der Film wieder in seine Faustkampf-Ästhetik und es nutzt sich halt einfach ab. Ist teilweise ein bisschen unübersichtlich und, und das ist eigentlich das Schlimmste daran, es wirkt teilweise einfach ein bisschen unecht. Auch in John Wick und so weiter sind sehr stilisierte, inszenierte Action-Filme, aber die Kunst besteht halt da drin, dass du als Zuschauer trotzdem jeden Hit spürst, das Gefühl hast, jede Faust, jeder Schuss, das alles gräbt sich dir in Mark und Bein, ja. Und die Gefahr da immer so ein bisschen in die Überinszenierung zu rutschen ist immer gegeben und bei Roadhouse ist es so. Bei Roadhouse gibt es einige Sequenzen, Kampfszenen, die sind inszeniert wie ein One-Shot, also dass es keinen Schnitt gibt, es sind aber offensichtlich Schnitte drin. Wenn du das gut machst, ist das eine voll geile Art, einen Kampf wirklich immersiver und krasser zu formen. Hier wirkt es aber künstlich, weil es auffällig ist, wo die Schnitte sind, weil es auffällig ist, wo CGI eingesetzt wird. Und das hat leider dazu geführt, dass, ja, die Action in Roadhouse in meinen Augen durchaus interessant daherkommt, aber auch für mich nicht wirklich gut funktioniert hat. Der ganze Film wird getragen von Jack Gyllenhaal, der hier eine Figur spielt, die zwar einen tragischen Hintergrund hat und, ähm, wie gesagt, dass dieser stoische Typ auftritt, der man aber nie wirklich nahe kommt. Also ich bin mir nicht so sicher, ob der Film uns ranlassen will an die Figur oder nicht, weil manchmal lässt das aber nicht so richtig. Ich hatte auf jeden Fall keinerlei Bindung, die ich zu dieser Figur aufgebaut habe. Die einzige Bindung, die ich hatte, war durch Jack Gyllenhaal, weil ich ihn sehr gerne mag. Er ist ripped bis zum Gehtnichtmehr, also, ähm, krasse körperliche Transformation auch nochmal. Ähm, er macht diese gesamte Protagonistensache gut, ja, aber die Figur ist einfach nicht besonders interessant. Dennoch, ohne Jack Gyllenhaal hätte ich wahrscheinlich den Film deutlich langweiliger gefunden, weil der hat einfach ein Charisma. Der Rest des Castes bewegt sich zwischen ganz gut bis hin zu absolut furchtbar, teilweise gefühlt absichtlich Conor McGregor, der klassische Real-Life-Fighter, weiß ich nicht, ist das MMA, wie auch immer, ich kenne mich da nicht aus, tritt hier drinnen auf als einer der Hauptbösewichte und der ist a, ein furchtbarer Schauspieler und b, spielt er seine Figur wie den klischeehaftesten Stereotypen-Bösewicht überhaupt. Das meine ich mit dieser tonalen Unentschiedenheit bei Roadhouse, ja, da kommt auf einmal dann ein Villain rein, eingespielt von dem super aufgeblasenen Conor McGregor, der nur am Grinsen ist und mit seinen Muckis nackt durch die Gegend läuft und ich frage mich dann, nimmt der Film das jetzt ernst oder ist das auch ein bisschen aufs Korn genommen und es ist irgendwo dazwischen und deswegen funktioniert es teilweise und teilweise eben nicht. Klar, Conor McGregor ist eine körperliche Präsenz, keine Frage und auch wenn er und Jack Gyllenhaal sich boxen, hat das sicherlich eine gewisse Wucht, aber immer wenn er den Mund aufmacht, uff. Am Ende würde ich Roadhouse am Ende sechs von zehn Punkten geben. Ich fand den schon nicht so schlecht, der hat schon echt einige Dinge, wo ich, oder Aspekte, wo ich echt sagen muss, schwierig, ja, aber er versucht zumindest sich ein bisschen ambitionierter in der Action zum Beispiel darzustellen. Er versucht dieses B-Movie-Ding, was ja die Vorlage, das Original auch mitgebracht hat, irgendwie schon aufzunehmen und neu auszulegen, ja. Der ganze Film spielt ja auf den Keys in Florida, ist ein recht unverbrauchtes Setting in meinen Augen, das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Da sind schon einige Ideen drin, da ist Leidenschaft drin, das merkt man ja auch daran, dass Doug Liman sich mit Amazon über diesen Kino-Release zerstritten hat, da ist Leidenschaft drin, da ist jemand dahinter, der hat Bock auf das Material. Das merkst du Roadhouse an und ich mochte den Vibe des Films, ich fand grundsätzlich, dass er sich nicht zu ernst nimmt, ganz schön, aber wenn es da wirklich drauf ankommt, ist es ein guter Actionfilm? Geht so, in Zügen. Ist es irgendwie ein cooler, lustiger B-Movie? Geht so, in Zügen. Das ist immer die Antwort, bei der ich bei Roadhouse irgendwie lande. Das kann man sich auf Streaming auf jeden Fall mal geben, man kann ja mal schauen, ob man reingezogen wird oder nicht. Ich habe keine schlechte Zeit mit Roadhouse verlebt, aber was Besonderes, was auch nicht. Und wenn ihr den Film gesehen habt, dann würde mich sehr interessieren, wie ihr Roadhouse gefunden habt und ja, habt ihr das Original gesehen? Schreibt es mir gerne in die Comments, würde mich interessieren. Like und subscribe doch gern, wenn euch dieses Video gefallen hat und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Roadhouse, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ade. ENDE 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 ENDE